Liebe Kirmesbesucher, willkommen immer wieder zu einer brandneuen Folge von Virtual Rides 3. Das Spiel wurde jetzt mittlerweile veröffentlicht und das heißt, wir können uns die finale Version anschauen. Wir haben uns ja immer die Preview Version angeschaut, aber ihr habt ja auch geschrieben, hey, kannst du mal wieder das Spiel spielen? Und ich so, ja, momentan erscheint so viel, aber ich habe Bock. Und jetzt stehe ich hier und ich muss sagen, ich muss jetzt unbedingt mal wieder ins Fahrgeschäft gehen und den Shopper ausprobieren, weil den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Letzte Folge haben wir uns ja die Centrifuge angeschaut. Ups, da haben wir ja unbenannt Roundtown. Und ja, was hat sich getan? Ich muss sagen, ich glaube, die Performance hat sich ein wenig verbessert. Allerdings haben die Entwickler auch geschrieben, dass sich das Spiel städtisch weiterentwickelt wird, weil sich noch einige wegen der Performance beschweren. Ich muss aber sagen, es läuft schon besser. Aber ich habe jetzt auch noch nicht nachts oder abends. Es sind ziemlich wenig Kirmesbesucher da. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein ins Geschäft und schauen uns das an. Und ja, was da so geht. So, Moment. Können wir? Können wir gar nicht? Mal nochmal nah dran gehen. So, jetzt. Na? Doch, jetzt können wir. Gut, wunderbar. Shopper, okay. Schaut interessant aus. Gut. Aber, Leute, das bringt nichts. Wir müssen erstmal hier ein bisschen, ein bisschen, vielleicht, naja, bewölkt. Was haben wir noch gar nicht gesehen? Regen. Regen. Ja, da kommt ja keiner. Also machen wir wieder Sonne. Das ist ja Quatsch. Also hier so ein bisschen vielleicht noch die Zeit anpassen. Wieder. Ja, hier so. So ist doch schön. So, dann machen wir mal ein bisschen Musik an. Was gibt es denn? Ich muss mal schöne Musik hören. Kann ich auch alles... Kann ich irgendwie auch alles so... Nee. Ist das die gleiche Musik, die wir kennen? Aber wir werden einfach mal hier so weitermachen. Oh, Leute. Okay, das hören wir uns an. So, da kommen schon die Ersten. Und da müssen wir natürlich erstmal... Geil. Ich freue mich jetzt schon wieder. Das ist so geil, wirklich. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf... Kamera. Was gibt es hier für Kameraperspektiven? Die? Okay. Okay. Ist ja noch nichts los momentan. Okay. Ja, ist momentan eigentlich noch... Brauchen wir noch nicht. Lassen wir erstmal so. Weil wir müssen ja erstmal hier ein paar Sachen einstellen. Anpassen. Weil... Leute, wie nennen wir das denn? Shopper? Ich weiß nicht ganz genau, wie das gleich funktionieren wird. Vielleicht sollten wir es nennen... Ähm... Ist das so ein fliegender Teppich? Ähm... Keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal... Was ist denn? Teppich? Okay. Wir nennen es Teppich, Leute. Äh... Schausteller? Natürlich hier. Da sind wir wieder. Mit unserem schönen... Burning Gamers. So. Was sind wir hier für ein Muster? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber das nehmen wir auf jeden Fall. Gut. Ne, 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 ne. Nein. Nicht verwerfen. Übernehmen. So. Dann Effekte. Oh. Und da Anpassung natürlich. Sorry, Leute. Ähm... Ja. Also... Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ähm... Mit den Farben und so. Ich find das eigentlich schon schön. Ich... So viel Wert lege ich da jetzt nicht drauf. Muss ich sagen. Ich würde das ganz gerne so lassen. Natürlich. Was ich gesehen habe. Wir können... Äh... Was ist Podium? Sperrungsschild. Ja. Ja, Leute. Ich find das echt ein bisschen... Weiß ich nicht. Was ist denn Trailer? Achso, das. Eigentlich such ich wieder unser... Ähm... Lichtkasten. Ach hier. Da haben wir es wieder. Können wir mal dran machen, wenn ihr wollt. So. Das machen wir auch dran. Übernehmen. Und das können wir dann hier unter Effekte auswählen. Guck. Wunderbar. So muss das nämlich sein. Licht. Leute, ganz ehrlich. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Auf jeden Fall. So. Was ist jetzt hier los? Hier wird es echt nicht voll. Was ist hier los? Hier wird es gar nicht voll. Ich glaube, das ist nicht so beliebt, das Geschäft. Wie viele haben wir denn eigentlich? 20 oder 30? Das ist eigentlich perfekte Uhrzeit, oder? Na ja. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir. So. Die Bügel erstmal schließen. Und dann müssen wir natürlich erstmal eine Kamera wechseln, bevor wir jetzt anfangen. Leute, ich würde sagen, on right. Ja, wir nehmen das hier. Ist ja echt. Ist ja nichts los. Naja, machen wir erst eine Sonderfahrt. So. Weg mit dem Gedöns hier. Und dann können wir eigentlich. Habe ich das nicht gemacht? Mittelaufbau? Habe ich das jetzt gerade hochgefahren? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Schau mal kurz. Äh. Ah, dann hatte ich das doch gerade richtig. Aber es dauert einfach ein bisschen. Was haben die? Hallo? Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung? Sag mal. Sonst geht es zu gut, oder? Ähm. Leute, wollt ihr... Entschuldigung? Hallo? Ihr könnt doch nicht einfach aussteigen. Es geht doch gerade erstmal los. Okay, Leute. Wenn das so ist. Dann erstmal. Ich glaub's nicht, ey. Keiner will mit dem schönen Teppich fahren. Naja. Noch einmal. Und dann geht's los jetzt hier. Wollen ja vorwärts kommen. So. Da kommen noch... Da kommen noch zwei Personen. Da machen wir echt zu. Weil wir müssen jetzt hier Gas geben. Wollen das Geschäft ja noch in Action sehen. So. Mal eben noch... Bis sie eingestiegen ist. Die gute Dame. Komm. So. Jetzt aber. Der Boden ist jetzt aber... So. Der Boden. Ich teste mal ganz kurz. Es müsste jetzt doch... Genau. Müsst wir jetzt doch runterfahren. Dann fahren wir jetzt ja runter. Wunderbar. Genau. So muss es sein. Dauert halt ein bisschen. Aber ist echt schon cool, ne? Schaut euch das mal an. Wir können eigentlich mal in die... Kameraperspektive technisch gehen. Das ist technisch? Achso. Okay. Da dachte ich, es wäre was anderes. Aber egal. Jetzt könnten wir, glaube ich. Alright. Und dann könnten wir jetzt eigentlich... Starten. So. Ach du Scheiße. Leute, es geht schon wieder los. Einmal die Gondel wechseln. Andere Richtung. Jawohl. Boah. Was, wenn wir uns auf volle Pulle stellen? Okay. Einmal die Perspektive wechseln. Also ich muss sagen, Performance bin ich jetzt hier aktuell bei... Ja, jetzt geht es wieder bergauf. Ja, das wechselt so. 20 FPS habe ich ungefähr. Allerdings halt mit Aufnahmen, muss man ja auch mal sagen. Aber ich finde es eigentlich in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Ist natürlich jetzt übertrieben, aber... So, schauen wir uns das mal an. Was ist denn Verfolgung? Ist das vielleicht besser? Jo, das sieht geil... Boah, Leute, guck ich da... Das ist doch kein Teppich! Hoho, das schaut aber geil aus, was? Leute, jetzt geht's los. Ich muss mal irgendwas machen hier. Ah. Oh, haben wir noch was. Und jetzt natürlich, ganz wichtig, machen wir ein bisschen Nebel. Habt ihr es gehört? Okay, wir machen doch ein bisschen lauter Musik. Und natürlich nicht so viel Nebel. Sonst, äh... Ja. Und an der Richtung. So, Leute. Jetzt, warte, warte, warte. Jetzt geht's los. Leute, bitte festhalten. Das muss ich ja nicht sagen, ne? Bitte festhalten. Jetzt geht's nochmal richtig los. Vielleicht noch ein bisschen härteres Echo. Kennt ihr das? Jetzt, pass auf. Bitte nicht da oben spucken. Letzte Verwarnung. Sonst landen wir. Es gibt ja tatsächlich welche, die spucken von oben runter. Das ist ja immer richtig eklig. Boah, das schaut echt Hammer aus, ne? Jetzt mal ohne Witz. Schaut schon sehr gut aus. Machen wir einmal gegen... Boah. Boah. Also das Karussell. Ich kenn das so auch überhaupt nicht. So, wir können einfach mal... Betreiber. Guck mal, das wäre jetzt die Betreiber-Ansicht. Natürlich, die Handys liegen. Hier wurden abgegeben, ne? Also von mir sind sie nicht. Oh, das ist auch interessant. Teppich. Mit dem Teppich-Monster unterwegs. Boah. Und da sieht man den Rummel von oben. Cool, Leute. Ach genau. Ich wollte mal schauen. Und zwar können wir eigentlich mal dieses Gerät kurz verlassen. Bis wir erstmal... Let's go, let's go. Okay. Kamera nochmal. Und zwar gehen wir nochmal auf Orbit. Genau. Und dann können wir das Gerät mal kurz verlassen. Weil ich schauen wollte, wie das aussieht. Ob die anderen Geschäfte jetzt... Ne, die sind immer noch nicht, glaube ich. Haben wir rum. Ne. Ich glaube, die sind immer noch... Dieses automatische... Vom System, dass... Dass die halt... Selber arbeiten, ist, glaube ich, noch nicht drin. Wie ich das so gesehen habe. Das schaut schon gut aus. So. So, jetzt bin ich drin. Das dauert immer ein bisschen. So, wie ich würde sagen, wir landen mal. Okay. Kommen wir nochmal zurück bitte. Und dann stellen wir das jetzt so ab. Aber das hält ja direkt an, ne? Ich dachte, das pendelt aus. So. Ja, das ist, das ist, das muss ich sagen, ist jetzt nicht so clever. Ich dachte jetzt, dass man, wenn man das ausmacht, dass es sich noch automatisch zurückstellt. Kann ich das jetzt schon machen? Naja, siehste, das geht nämlich nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen nach da. Und jetzt aber. So, jetzt muss es aber gehen. Wenn man. Ja, das ist natürlich jetzt lustig, weil das Ding ist einfach mal. Okay, wir drehen das nochmal ein bisschen an der Richtung. Das ist natürlich jetzt nicht so, finde ich, so gut. Äh, was ist für die jetzt Ausgangsposition? Das ist ja keine Ausgangsposition. Der A muss in seiner Ausgangsposition sein. Okay. Okay. So, geh mal. So, will ich das jetzt als Ausgangsposition bezeichnen. Ja, ist eine Ausgangsposition. Wunderbar, Leute, das klappt. Trotzdem finde ich das ein bisschen kritisch. Muss ich sagen, weil, das, äh, ja, ich dachte, es geht halt automatisch, ne? So, dass sich das automatisch einpendelt wieder in der Mitte. Ich weiß nicht, wie das im realen Leben ist. Okay. Okay. Ich würde sagen, sind die schon ausgestiegen? So, machen wir das mal aus. Und. So, jetzt ist offen. Aussteigen. Ich glaube, es werden auch nicht die Passagiere angezeigt, richtig. So habe ich das Gefühl. Ich habe die nämlich gerade gar nicht gesehen. Oder waren die versteckt? Okay. Dann können wir eigentlich sagen, nochmal, für das System, folgendes. Und zwar. Okay. Ja, liebe Leute, das war unser, äh, Teppich. Tatsächlich unser Teppich. Dann sind wir hier auch fertig, ähm, mit dem Shopper. Ich muss euch allerdings sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ähm, ja, wie viel es hier noch von geben wird. Weil, ähm, ich habe ja schon mal was erzählt mit der Langzeitmotivation. Ähm, natürlich kann man diese Anbauteile anbauen. Allerdings. Aber wir machen mal kurz die Musik ein bisschen lager. Weil ich möchte, dass es mir noch wichtig ist, dass ihr das wisst. Äh, äh, äh. Einmal bitte. Hallo? Hallo? Entschuldigung. Na ja, das ist irgendwie auch noch ganz komisch. Das funktioniert manchmal nicht. So, jetzt. Naja. Gehen wir mal ein bisschen weg. Dann erzähle ich euch was. Und zwar ist das Problem bei diesem Spiel, finde ich, die Langzeitmotivation. Es wäre viel, viel cooler gewesen, wenn man sagen würde, natürlich, ne, ist es halt nicht so im Prinzip halt Rummel so. Äh, das wäre das dann nicht mehr. Aber, wenn man sagen würde, wir schalten uns, ja, die, äh, Fahrgeschäfte halt frei. Momentan ist es so, wir können uns halt Teile freischalten, ja. Aber, wenn man so, äh, Fahrgeschäfte freischaltet, das wäre vielleicht noch, ja, finde ich, besser gewesen. Wegen der Langzeitmotivation. Ich habe es in der zweiten Folge erzählt. Ähm, die Entwickler haben da auch reagiert drauf. Ja, es wird demnächst neue Fahrgeschäfte geben. Das finde ich cool, auf jeden Fall. Ähm, allerdings, halt mit dem Wirtschaftssystem. Also, sie haben eins drin, ein ganz kleines. Ähm, vielleicht reicht es für einige so. Ich bin halt so ein Typ, ja, ich, ich muss halt was irgendwie freischalten. Und ich muss irgendwie so, so wie ähnlich, so Missionen haben. Zum Beispiel, dass ich mir zum Beispiel als nächstes den Teppich kaufen kann. Also, ich habe, ich fange mit einem, ähm, Fahrgeschäft an und kaufe mir zum Beispiel das nächste und dann noch eins. Sozusagen mit Geld, kann man sagen. Hier ist es mit, ähm, mit, ähm, wie heißt es, mit der Zufriedenheit. Aber auch keine Fahrgeschäfte kaufen, sondern halt so Kleinteile. Und da weiß ich halt nicht, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So kann man da vorgehen. Ich weiß nicht. Natürlich, da wird eine gewisse, ähm, Logik hinterstecken. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, sage ich auch, ist halt Geschmackssache, ne? Und, ähm, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mir jetzt, oder wie viel ich mir noch von diesem Spiel anschauen werde. Ähm, und, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr das Ganze? Und habt ihr Bock noch auf weitere Folgen? Dann können wir immer wieder zwischendurch reinschauen. Es ist jetzt halt nicht so ein Projekt, jeden Tag eine Folge. Nein, einfach mal zwischendurch, zum Beispiel, dass wir sagen, in der Woche schauen wir uns mal den Crazy Spin an, die Danger Zone, und so weiter und so fort. Ich meine, es sind noch ein paar Fahrgeschäfte da, auf jeden Fall. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall einfach mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wollt ihr auch bestimmte Fahrgeschäfte noch sehen. Ähm, aber ansonsten würde ich erstmal sagen, wir gehen einfach mal ins Hauptmenü, was sich da so getan hat. Ähm, und zwar sehen wir halt VR Experience und in den Einstellungen, die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen, seht ihr, dass ihr schon einiges einstellen könnt. Ähm, das ist schon ziemlich gut eingestellt. Alles nicht auf richtig krass, ne? Auf jeden Fall. Ähm, Ton sieht so aus bei mir. Die Besucher, die können wir übrigens auch einstellen, die ist momentan auf hoch. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, so ein Performance-Fress, das ist wahrscheinlich, wenn wir so viele Besucher haben. Könnte man vielleicht noch umstellen, mal schauen. Und hier halt die Steuerung. Nicht, das sieht dann so aus. Das sieht dann so aus. Gut, Leute. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt halt kennengelernt, was sich so in der Finalversion, ähm, versteckt. Und was sich so ein bisschen verändert hat. Und ich meine, so viel hat sich jetzt nicht verändert. Vielleicht ein bisschen an der Performance. Aber, ähm, ansonsten ist das Spielprinzip und so weiter gleich geblieben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Feedback schreiben, wie ihr das Ganze mit den Wirtschaftssystemen seht. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. cc